Verne, bist du bereit? Bist du echt wahnsinnig, wieso geht's verschreckt? Heute ist Ostern! Also ich bin bereit, Verne, meine Augen sind geschärft. Viertel oder Spitz? Nein, danke Heinz, ich habe genügend Eier für heute. Und, gell, einfach bevor du weiterredst, gell? Heute ist die Feiertag, heute ist Ostern. Und ich will nichts hören von wegen Viertel oder Spitz. Oder so dumme Sprüchen suchst du immer noch deine Eier und so, ist ja klar. Heute halt. Nein, eben nichts mit Höhen. Nicht mit Höhen und Weichteilen und mit Eiern und Nüssen und all das Zeug. Aber Aromaten darf ich sagen. Ja, mich nicht wegen. Aber das hier ist für dich heute ein ovalförmiger Schockeball. Ist ja klar. Ei, 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 wei. Nein, Heinz, kein Ei. Aber wenig. Nein, Heinz, kein Ei. Ei, 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 ei. Bist ein wenig gereizt, gell, Weine? Entschuldigung, krötzt. So ist es nicht übertrieben, Heinz. Ich weiss schon, was du hörst, Weine. Jetzt ist schon wieder Ostern und du hast immer noch kein Nestchen gefunden, gell, Weine? Dabei hättest du so gerne wieder mal ein Nestchen. Am besten noch mit der Naschen drin, gell, Weine? Ha, ha, ha. Weine. Manuela hat gesagt, der Osterhals hat noch zwei, drei Nestchen versteckt. Bist du bereit? Glaubst du auch nicht immer noch an Osterhals? Nein. Jetzt habe ich schon gedacht, der Heinz glaubt noch an Osterhals und als Christkindchen. Und die Erde ist eine Scheibe. Nein, Weine. Die Erde ist doch keine Scheibe. Weisst du, was frage ich mich, Weine? Wenn wir da im Westen Ostern feiern, feiern sie dann Oster-Western? Ja, genau. Und im Süden feiern sie Nordern und im Nordern feiern sie Süderern. Habe ich gar nicht gewusst, Weine. Und was feiern wir jetzt da genau? Die Auferstehung vom Cheezus. Verstehst du? Damit wir alle wissen, dass der ganze Scheiss-Trecke immer noch nicht für wir. Cheez-Öss-Käse-Öse. Eise-Käse. Die Auferstehung von unserem Käse. Ah, herrgottine Heinz. Über solche Sachen macht man keinen Witz. Ja, aber Weine. Jetzt tu doch auch mal ein wenig auf, Weine. Weisst du, heutzutage dürfen alle glauben, was sie wollen. Das ist doch etwas Schönes, Weine. Und darum, ich glaube an Oster-Western. Ich glaube es nicht. Du glaubst den Käse wirklich, gell? Ja. Und jetzt gehen wir auf die Suche. Heinz ist auch verstanden. Challenge. Der, der zuerst etwas findet, ist gut. 3, 2, 1, los! Bene Eisnerl. Ich habe ein so walförmiges Schockeballchen gefunden. Gratuliere Heinz. Weiter so. Jau! 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 Musik